Sie sind hier 31. Oktober 2018, 0 Uhr 32, von David Döring, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Stolsohlbacken, Markus Weinzierl und Peter Knebel, VL, vereint ein miserabler Start bei einem neuen Club-Urheberrecht, Sport 1 Grafik, Getty Images München, mit 2 0 zu 4 Pleiten, ging Markus Weinzierl Start gründlich daneben. Es gab aber noch schlechtere Trainer-Debüts. Sport 1 zeigt die Horror-Starts. Mit 2 0 zu 4 Pleiten ging Markus Weinzierl Start beim VfB gründlich daneben. In der Liga-Geschichte gab es aber noch schlechtere Debüts, allerdings liegen die bereits einige Zeit zurück. In der neueren Vergangenheit hatte Kölns Coach Stolsohlbacken einen ähnlich schlechten Beginn, ebenso Peter Knebel mit dem Hamburger SV, Sport 1 zeigt die Horror-Starts der Bundesliga-Trainer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017